Online-Spieler eine Mission Einer und eine werden zwei, aus zwei werden zehn, aus zehn werden den ganzen Tag Ich komme aber erst abends um sieben online, jeden Tag Siehst du? Okay Mal gucken, was uns die Dame schön erzählt und bitte nicht reinreden Das werde ich zumindest auch rausschneiden Boah, wie lange muss man denn warten? Eieiei Könntest du den Ladersqueen rausschneiden? Ähm... Wo bist du? So, wo bist du, bei mir lädt noch Nee, im Ernst, wo bist du? Ja, bei mir lädt's noch Ich bin schon längst im Spiel Echt im Neufeld, hast du das? Was? Was für Wege? Sag nicht, dass bei mir das Spiel abgeschmiert ist Oh nein Ach ja, jawohl Ich bin wirklich fettiger Okay, also dann mach du mal dein Spiel aus, nochmal an Und solange, kannst du ja mitkommentieren, solange ich alleine mal hier rum reite Hey, und wie soll, wie soll ich wieder reinkommen? Äh, keine Ahnung Mach einfach dein Spiel Shutdown Oder dein, wenn du nicht das Spiel Shutdown machen kannst Dann fahren wir nochmal den PC runter Oh shit Das kann man eigentlich auch mal ausprobieren Dann kann man ja mal gucken, ob du während einer Mission auch reingehen kannst Gut, probieren wir das aus Du hast es ja sauversaut Ja, ich, ne? Wer denn sonst? Die Seilbahn benutze ich gleich Wer sich jetzt manch einer fragt, warum ich das nicht mache Seilbahn? Ja, man kann die Seilbahn benutzen Naja, okay Ach, ich will... Ach, nein, ist das wenigstens eine andere Umgebung oder ist das genauso langweilig? Alter, das ist eine ganz andere, du bist so ähnlich wie unterm Keller Warte 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 Ich werde jetzt einfach mal zu dir rein joinen, warte Ah, okay, du musst also dein PC nicht ausmachen, das ist schon mal gut Ne, muss nicht, ich bin ja kein Idiot Ich warte noch mal, bevor ich die Seilbahn benutze Es war das Spiel, das abgeschmiert ist Und ich kann in Spiele rein joinen, das habe ich schon... Ich bin sogar mal reingejoint, als die Mission schon zu Ende war Und ich nur noch den Endscreen gesehen habe, Mission Complete Noll Du hast nichts verdient Missionsbonus 500, geil 500 für nix und wieder nix Und, kannst du? Ja, ja, ich kann, ich war nur noch auf dem Lade-Screen Auf den Loading-Screen, wenn das Spiel wieder abschmiert, dann... Wenn ich durch... Keine Ahnung, wenn ich nackig eld will, keine Ahnung Ich benutze schon mal die Seilbahn, sonst wird's zu langweilig Okay, okay, okay Ja, Crashface hat's joined Du kannst ja auch den Harlem schicken Dings machen und dann... Erstes Spiel nochmal, wow Ja, ähm, klar, natürlich Wir haben... wir sind nur zwei Leute, da müsste ich auf Facebook ne Umfrage starten Ja, du kannst auch nur zufällig spielen jetzt in der Welt Ja, siehst du Nein, Crashface hat disconnect from the game Was los? Nein Nein, es ist wieder abgeschmiert Warte, warte Ja, es ist wieder Oh oh, das sind viel zu viele Ja, richtig, richtig Alter, wenn du dich nicht beeilst, dann... Shotgun-Mod erhalten, ne? Siehste? Ja, den hab ich aber schon Alter, es gibt immer noch verschiedene Ach ne, halt, warte, du hast hier alle Mods Du hast alle Mods der Welt Du hast alle Mods schon gesehen, gefunden, in allen Prozentsätzen Selbst in einem 100%-Mod hast du gefunden Einen Secret-Service-Mod hast du auch schon gefunden Den teuersten Mod auf der Welt hast du natürlich auch schon gefunden Meinst du den Cash-Mod? Den Credit-Mod? Alter Den gekrüftig Ach Gott Ich mach's noch einmal und dann, dann werde ich böse Da musst du einfach nur noch mal das Spiel schließen und nochmal aufmachen Ja, ich hab's nicht wieder los Nein, nein, scheiße, ich bin tot Mission gescheitert, ich hab auf Abbruch gedrückt, warte Ich lade dich noch mal ein, dann geht's vielleicht besser Achso, und nur so, die Leute, die sich jetzt fragen Ich hab's extra gemacht, ja, ja Nur wegen dem Crash hab ich das gemacht Nicht, dass jemand denkt So, du kannst, äh, versuchen, hier rein und so Ja, okay, du bist drinnen Du kannst schon mal draufklicken Du kannst schon mal draufklicken Ich will kurz nochmal hier für Loki Dingensen machen Und so Boah, weißt du was? Ich hab noch 54 Komm! Warte, mach nochmal kurz die Stimme weg Ich will mal kurz hier diesen einen Scheißhelm kaufen Helm, 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 Helm Warte, du holst dir einen Helm Ja, den... Verdammt, welchen brauche ich? Welchen Helm? Ups, ich glaube, ich bin grad aus der Session gekommen, warte mal Also ich brauch den goldenen Helm Gut Nicht, dass ich jetzt auch noch irgendwie hier... Ja Kaufen Genau Wollen sie? Ja, will ich Vielen Dank für den Einkauf Jetzt hab ich nur noch 18 So, mal gucken Wie kann ich den denn draufsetzen? Äh, nicht so Schraubenschlüssel Upgraden Sind... Also, oh, ich kann den Reaktor installieren Ja, installieren Hurra, jetzt ist, äh Hat sich nichts geändert? Du weißt, dass es kein Helm war? Ich dachte, du holst den echten Helm Nein, ja, ist mir schon... Nein, ist mir schon klar Nur ich will entwaffnen haben Das ist dir schon klar Ja, gut Hast du den richtigen Helm gekauft? Ja, hab ich Ich bin nicht ganz bescheuert Ähm... Hältst du eine ehrliche Antwort? Gut, ähm, du kannst jetzt auf Abstimmen gehen So, zurück, zurück Ach, komm, hier zurück Und drauf Ach, ja So hat das nicht funktioniert Z.C. heißt Z.C. heißt Z.C. Klan Kann sein, dass ich grad den Klan Dass wenn ich offline gehe, dass der Klan rausgeht Ey, das ist ja voll scheiße Nein, das glaub ich nicht Klan bleibt Klan Alter, bei dir fängt es noch nicht mal ein bisschen an zu laden Was ist los? Doch, bei mir ist es bis zur Hälfte Echt, bei mir war es nix, gar nix, niente Gutes Oh, das ist nicht gut Pah, was denn? Wenn ich jetzt schon gejoint habe und mein Ladelbellschirm wieder abgeschmiert ist Ne, ne, das ist meistens immer so Nein, nein, er bewegt sich ja gar nichts mehr hier. Ach nein, warte, war da schon wieder disconnected? Jetzt sag bloß, Alter, schließ doch mal dein Spiel und öffnest erneut. Sag mal, ich schließe die ganze Zeit mit Alter 4 mein Spiel. Du bist schon wieder weg. Weißt du was? Ich mache einen Outback-Commentary. Okay, warte, ich versuch's alleine und dann spielen wir zusammen nochmal offline, okay? Ja, ja. Du meinst aufkehren? Ja. Okay, also dann kannst du ja mitkommentieren, wenigstens. Und mehr labern und so. Während du so ein totales Spiel spielst, spiele ich lieber Minecraft. Ha, 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 ha. So. Hey, weißt du was? Ich darf meinen scheiß Computer nochmal runter. Okay. Und das heißt, ich werde dir gleich nachjoinen, also. Ja, probierst du lange, kämpfe ich mich mal hier alleine durch und, äh, werde wahrscheinlich nicht weit kommen, ne? Kennst mich ja. Größte Loop auf Erden. So. Das sieht mich nicht, ist, äh, klar. Keep eyes open, genau. So, den machen wir auch nochmal hier. Jupp, Team Speak. So, hier, kurz mal die Energie. Level ab 6, genau. Gut, hier ist nix. Ich lass die Dinger jetzt nochmal. Ich weiß, da können wir Credits und so holen, aber wir werden jetzt auch viel Energie benötigen. Hey, keep my father out. Das war Glück. Also bisher bestehen wir es gut und da wir, glaube ich, sowieso wieder Energie bekommen, zerstöre ich das gerade, weil, ganz im Ernst, wer, wer kommt bitteschön hier freiwillig wieder hoch? Für Energie wohlgemerkt. Außer ich. Bisher ist alles gut. Bisher machen wir das auch schön leise. Ferit haben wir bekommen. Haben die uns jetzt gesehen oder nicht? Was ist das denn? In meinem Bein. Oh, na. Autsch. Okay, wir haben uns bisher gut geschlagen. Da wir täglich immer ein 4 bekommen, dann kann ich ja einfach mal hier so wahllos verplempern. Okay, die Granaten von denen sind echt stark. Muss ich echt so geben. Herrgott, noch eins. So, hier sind auch die Lagerbehälter, wenigstens auch schön. Okay, alleine schaffen wir das auf jeden Fall, hoffentlich. Naja. Ich bin ja schon einmal gestorben, von daher... Oh nein! Okay. Ich hoffe, dass da jetzt nicht das Ding auf uns lauert. Gut. Bitte rennt weg. Hört sich so an, als ob wir wieder clear sind. Jetzt. Wo ist der denn? Oh. Tja, war wohl mein Fehler. Jetzt habe ich ein bisschen Energie ausgegeben. Aber komm, egal. Okay, von einer Entfernung auf eine andere Plattform geht es wohl. Nein! Nein, 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 nein! Wie kriege ich das Ding hier weg? Ich hasse diese klebrige, klare Drahten. Autsch. Also, die Mission ist schon mal geil. Kann ich ja schon mal versichern. Hast du es schon gemacht? Nein, ich bin gerade noch dabei und bin schon einmal gestorben, muss ich ehrlich zugeben. So, gehen oder wiederbeleben? Wiederbeleben, wiederbeleben. So. Das können wir wenigstens auch schön kaputt machen. Jetzt können wir auch mal da rein und hüppen. Mal gucken, was da so ist. Nochmal kurz zurück. Was ist in dem Raum hier? So, hallo. Boah, gibt es eigentlich, was ich jetzt gerade nicht gesehen habe, gibt es eigentlich auch, äh, 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 diese, dieses Sniper-Gebär als Blaupause? Ich glaube nicht, ne? Äh, nein, ich glaube nicht, dass es eine Sniper-Blaupause gibt. Es gibt noch mal bestimmte Waffen in Blaupause. Ah, wie scheiße. So. Du kannst gerne die Sniper haben. Ich brauchte dir Platin, kauf dir Sniper. Oder nee, warte, Sniper kannst du dir auch mit, mit, äh, Credit-Ninein, aber die ist unwahrscheinlich steuer. Nein, 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 kannst du nicht, da brauchst du auch Platin. Ich konnte sie mit Credit kaufen. ja du konntest sie mit kredit kaufen also hast du jetzt das neuer ich habe ich ich könnte ich hab nicht gesagt ich hab gesagt muss schon mal gucken vielleicht habe ich mich auch hier aber vielleicht bin ich schon ich habe mich verständigt auch so und es war aber unwahrscheinlich steuer und wozu brauchst du in so einem spiel sniper es ist schon der game und weil dieser cool ist am end am ende junge du hast kein dings kein platz wo wo du wirklich sicher bist und snipen kannst ich soll ich will ja auch nicht kämpfen in dem falle sondern ich sag mal so du bist der war schon wieder disconnected also irgendwas ist gerade mit einem spiel verkehrt dann wo vielleicht wisst ihr ja eine lösung also schreibt einmal in die kommentare jetzt sehe ich ja kein feind mehr irgendwie so ich renne und renne und renne und renne und renne feind hallo da hinten haben wir doch mal was ich gehe jetzt mal hier hoch ein aufzug nö was ist denn hier ein feind ach da hinten ja da hinten sieht es gut aus da hinten und das ist wie im los Vielen Dank.